Wir hätten Wundo nicht so früh bannen sollen. Halt. Musst der Mike nicht mit mir traden? Oh mein Gott. Ey, sag mir jetzt nicht, ich hab... Oh mein Gott. Das stimmt. Das ist wirklich der epischste Fail, den ich in meinem Leben hatte. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Da los, Parry. Die Z-Mechanics. Oh Gott, jetzt kommen die Z-Mechanics. Warte, rein theoretisch könntet ihr die Account-Daten austauschen. Und dann kommt's... Oh mein Gott. Ey, das ist ein richtig, das ist eine richtig gute Idee. Ja, jetzt kommt er noch an, wie sehr ihr euch gegenseitig vertraut. Ja, Account-Daten ausgleichen. Ey, übelst clever. Ja, aber der hat auch Ignite mit und ich hab Barrier mit. Ey, Gott. Ja, und das ändert nichts daran, dass er wahrscheinlich... Der hat wahrscheinlich auch ganz andere Begunen mit. Oh mein Gott. Alter, Mike kriegt einen dicken Flame, wenn er wiederkommt. Geht auf den Klo, wenn er nicht... Mike, du hast nicht geswappt, du Trottel. Was? Oh Gott, ey. Egal, ich kann Jinx spielen. Kannst du auch Z-Spielen? Nein. Ja, klar, Diamond. Warte, ich kann... Spiel... Soll ich jetzt Bot oder in die Mitte gehen? Ne, geh Bot. Geh Mitte. Ich versuch's. Aber ich sag dir, da wird nicht viel kommen, ne? Das kann ich dir jetzt schon schwören. Spiel einfach sicher. 0-9. Spiel einfach safe. Was hab ich denn in der Mitte? Was hab ich denn in der Mitte? Diamond 4, ja so. Go, 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 go. Wie in wehen? Alter. Wenn ihr erlaubt, dann... Oder will einer von euch die Ansage machen, dann habt ihr auch nochmal Cross-Promo von meinem Kanal, wenn ihr wollt. Cross-Promo. Also, Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier mit einem Fünfer-Rank-Team, mit den Besten der Besten, die Crème de la Crème, der YouTuber. Und mit dabei sind der Mike, ja natürlich ist sein Channel, der Kran, die Made, aka Let's Read Small Books, Maxi, was auch immer, Peric, Patrick und ich, der Romatra. Und wir haben den epischen Swap getätigt. Ja, und ich spiel heute mal mit der Set, weil ich bin die McKinnicks. Wir haben vergessen zu swerpen, ich spiel jetzt ADC und unser ADC spielt jetzt Midlane, please. Ja, vor allen Dingen spiel ich Set mit Barrier. Lass mal reingehen, ich glaube, da können wir... Wurf, du kannst nicht sterben. Ich bin auch richtig gut mit denen. Get him! Flash, 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 flash. Alter, flash ich nicht rüber und läuft da, sorry. Doch, das reicht. Ignite, da bin ich Ignite, das hat mir nicht gelohnt. Das hat sich gelohnt. Soll ich ein Yasu in der Mitte? Glaubst du, du kannst... Ich muss sagen, aber das mit den Account-Daten tauschen, das ist eine richtig geile Idee. Ich glaube, das... Aha. Ich mach das halt auch so. Mike, Mike carried, ich spiel safe, fertig. Nein, Mike hat jetzt schon mal einen Kill vorgelegt. Nein, Mike, du musst mir auf jeden Fall sagen, ich baue mit dem. Leider kann man aus fürs Blatt nicht mehr so viel rausholen. Ich hab ja nur noch 150 Euro. Doch, das Gold. Für Mike Renkel ist jetzt nicht ohne, ne? Mike, denk dran. Wie viel lassen wir jetzt bekommen, Geld? Ich hab noch nie Zett gespielt, oder fast nie im Abo-Gamer, als ich gespielt habe. Aber nennst du ihm von Zett die essenziellen E-Tems erstmal wichtig. Das, was bei ihm empfohlen ist, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, wahrscheinlich Bilge-Water und Brutalizer, ne? Nein, ne, Blade of the King ist halt am wichtigsten. Ja, ja. Meine ich nicht. Wobei, wenn du anfangs Probleme hast, das auszubauen, kannst du auch mit Brutalizer starten. Maxime, Ezra hat keine Barriere. Alter. Und ich hab tatsächlich doch noch meinen Ignite. GT. Ich hab keinen Flash, keinen Ignite. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Kill bekommen hatte, um ehrlich zu sein. Du hast einen übelst schnell warst, du. Ja, wegen... Excited, oder? Nee, 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 nee. Wieso, du musst ja erstmal ihn töten. Der war vorher schon schnell. Er hat Ezra hier zu Fuß eingerollt, was mich übelst irritiert hat. Aber Ezra hat einfach Grundmove sein. Wir werden voll und auf jeden Fall Level 2 sein. Ich bin für Aggression dann. Ja, ja, push, push, push. Ich würde sofort gleich reingehen, oder? Noch ein Minion? Ah, nee, zwei. Nee, weil wir sind es gefühlt noch fünf. Ja, ich glaub noch einen größer... Nee, doch nicht. G. Okay, so ein bisschen zu kurz. Ja. Go, go, go. Ah, der wird da nicht rangehen. Ach so, du hast einen E benutzt. Nein, aber eher einen ewigen Cooldown. Oh. Ich glaube, du beschätzt den Annie-Damage. Minions und Dings und Annie. Wie lange hält denn so ein Dreck-Sword? Bis man da, dass es sich nicht aufstellt. Gut, dass ich vier Tränke habe. Da kann ich hier ein bisschen wieder kompensieren. Meine Fee ist aber die ganze Zeit... Ah, das fühlst du jetzt nice. Warte mal, lass mich mal das dicke Minion hier. Oh, ich hab gerade gepusht. Das ist schlecht. Geh mal gleich ein bisschen zurück. Außer du Counter-Gangst. Wenn gleich der... Kann noch ein bisschen mehr Druck machen, dann hoffen wir, dass der... Oh, ich bin die ganze Zeit gemutet, GD. Ich hab gesagt, ich bin hier für den Counter-Gang. Ach so. Okay, ja, ich hab's gemerkt. In dem Game läuft, scheint ja alles zu laufen. Aber komischerweise gankt er dich nicht. Was macht er? Ja, man mich pusht wie ein Verrückter an. Ja, deswegen. Geh mal kurz back, pass auf. Noch ein Wort nehmen. Was geh ich denn hoch, Mike? E oder Q? Juhu. Danke, Mike. Ja, ich bin gerade im Pfeil. So ist es... Wir sterben vielleicht? Ich glaube, du kannst ein bisschen auf Annie gehen. Ich weiß. Ja, ist klar. Lass uns mal mit der Snacken jetzt. Ich glaube, du kannst am sichersten Poken-Farm und alles. Okay, go. Ich glaube, Maxi, wir sollten jetzt gerade kurz noch nicht... Ja, pass auf dich nochmal hier ein bisschen mit dem Tränk. Du hast doch noch drei Stück oder so. Ja, ich hab noch Flash gehabt dabei. Ja, ich hab noch Flash gehabt dabei. Ich hätte... Ja, ich hab noch Flash gehabt dabei. Ich hätte... Nein, ich spiel lieber safe, aber... Hackerin war Mitte. Der kommt jetzt wahrscheinlich botlane. Der war, ja. Meinst du botlane? Du solltest sagen, also ich würde volle Wucht reingehen. Die. Oh, sehe ich da den nächsten hier. Alter, Mike AP, egal auf welcher Lane. Ja, warte mal. Und ich krieg hier wohl keine Honorierung, oder was? Was ist mit euch los? Hier, zack, zack. Die, Bitch. Du verbrenne. Verbrenne. Ist egal, ich denke. Rein, Autotech, bitte. Schaffst du das? Oh, scheiße. Oh, jetzt hab ich mich natürlich hier ein bisschen sehr gehypt. Ja, ein bisschen. Aber vielleicht wären wir draußen. Na, ich hab noch in die Set gespielt. Macht erst mal einen Pentakill. Oh, Gott. Aber ich hab den noch mitgenommen. Das war worth. Totally worth. Und ich hab meinen Bildschworter. Cutlass. Bot sieht auch sehr gut aus. 30-Fam. Ey, wenn wir damit gewinnen, dann glaube ich auch echt noch an den Weihnachtsmann. GG. Leute, ab heute Main ADC. Ja, du hast doch schon eine ADC gespielt, oder? Tausendmal. Ich hab auch schon mal Mitte gespielt, aber das war was ganz anderes trotzdem. Zum Glück hab ich Yasuo, oder? Kleiner Tipp für alle ADCs da draußen. Guckt euch, was ich gekauft habe. Ich hab erst mal zwei Walls gekauft. Vision ist das A und O. Und außerdem entlastet das ein bisschen den Challenger-Maxim. Ja. Komm jetzt von Mitte, Gehenker. Kein Flash mehr. Aber wir haben Full-A-AD-Teams. Ist auch fail. Ja, das sag ich ja. Wir müssen dann später auf die Verstringung gehen, ey. Jeder von uns kauft sich einen... Ah, der Wirbel. Ja, so gut gemacht. OP-Item des Grauens, und dann ist die sie. GG-Win. Das Farm. Das Agron-Farm. Also, Andy hat einen Stun. Hier, 44 Minions. Aber... Ich weiß nicht, wir können die so ein bisschen anpoken. Ich würde aber trotzdem einfach Aggressivität zeigen. So, okay. Den Groß nehm ich an. Ja, der gibt mir mit seinem Gedäschel mega auf den Gafel. Ich würde mal gucken. Also, wenn die dich nicht stunnt, dann schaffen wir es. Okay. Warte, die will dich, aber... Okay, das war ein tausendmal besserer Trade für uns. Der ist noch nicht vorbei. Oh, nice. Flash. Ja, der ist vorbei, wenn Mike AP sagt, dass er vorbei ist. Er hat oben gewordet, das ist klar. Der, der scheiße ist schon der Fulllight. Ich pushe weiter, die Top lane. Ja, ein bisschen warten, vorsichtig, bitte. Ja. Ich pushe die... Oh, stark gemacht. Was ist los, Peric? What the... GG. Gut, schau. Ich gehe nix. Was mache ich? Double kill. Der gankt mich und ich mache einen Double kill. Oh, ich bin jetzt Main-Mitte. Okay, können die Promo so durchschmeißen. Das macht ja richtig Spaß. Hey, what the fuck, Alan. You range, ey. Was ist das für eine Auto-Attack-Range, ist mit der Lillis? Ja, die Auto-Attacks tun mir nicht weh. Wir brauchen noch zwei Mini-Waves, um mich zu schützen. Ich glaube, die Gegner haben auch vergessen, zu tauschen oder irgendwie sowas. Das wäre aber episch. Andere kann ich es mir nicht erklären. Ja, bei mir auf jeden Fall, ja. Also, ich habe selbstverständlich für echt gefühlt zweimal gespielt, oder was? Wenn es wohl kommt. Wenn ich Ulti habe, wird auf jeden Fall einer sterben. Tja, da kann der Ivan sich noch eine Scheibe von mir abschneiden, würde ich mal sagen. Oh, vorsichtig. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Hey, ich warte bis Ulti. Jetzt könnte man auch ein bisschen... What? Ich glaube... Jetzt könnte man auch ein bisschen... Willst du einen Auto-Attack für deine Dings machen, für dein Item? Ja. Ich warte eigentlich noch auf den Größeren. Die kann ich ja... Ein bisschen stacken kann ich dir. Oh, ich glaube, ich gehe gleich auf die. Ich habe nicht leid. Ist alles safe bei dir, oder was? Ja, ja, das läuft. Der macht irgendwie ja keine Anstrengung. Ganz kurz weg, okay? Wurde mal ein bisschen weiter raus. Komm mal mit, ich glaube, der hat noch keinen Flash. Hast du ein Ulti? Nee, hast du nicht. Nee, komm ich noch nicht mit. Wir haben zu sechs, wir können rein eigentlich, ne? Hm. Warte, ich komme auch noch für den Dive. Oh mein Gott. Oh, das war ein ganz schöner, ganz schön harter Kiel. Ich komme für den Dive. Ich komme, pushe die Wave rein, ich komme für den Dive. Komm, ich bin gleich da. Also Adress, bin voll tot. Wenn er da bleibt. Ich habe auch noch Flash-Up, also... Ich pushe die Wave einfach, ne? Mach doch ein Q auf mich, Ezreal. Komm, mach doch ein Q. Es tut mir nicht weh. Was ist so? Da war der Q. Da war der Q, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Are you ready? Mein Q gefehlt. Alter, das ist wie der Dive. Boah, den wollte ich haben. Der ist einfach in der Luft gestorben. Mike, wir stehen bei 3 und 4 0. Dragon, Dragon. 3, 1 und 4. Ja, okay, ich komme. Was ist da los? Ich glaube, den können wir machen, oder? Komm, komm mal auf den Drake. Ich bin um ohne Ende. Seit dem Release ist das, glaube ich, mein erstes Jinx-Let's-Chall. Zufällig einfach mal so. Team-Rank. Und auch noch Team-Rank. Leute, vergisst nicht, in diesem Spiel ist... Warte, der wechselt die Alpha nicht. Maxim, der Held. Diese Zenith-Kling. Aber wir haben einfach den Tower getrocknet in der 10 Minuten. Das ist eigentlich ziemlich solide. Pass auf. Ja, ich habe noch weh, ne? Bei Meta gibt es Action. Ich habe noch nie so weit gespielt. Was skill ich hoch? Was kaufe ich für Items? Double-Kill, Triple-Kill, Hinterkill. Ja. Double-Kill, Triple-Kill. Weißt du, warum Blinnest du befindet meinen Korn? Weiß für den Korn. Ja, das kommt ganz gut, weil ich spiele auch Jinx jetzt first time, aber ich finde sie ganz nice. Oh Gott. Der Trindermare gegen... Was spielst du? Der Trindermare hat 85-Fan-Fan. Trindermare macht Malfight fertig. Tschüss. Ja. Sehr geil, Trindermare hat aber auch eine epische Landing-Fan. Ist das eigentlich ein Toxic-Malfight? Ich meine, guckt ihn euch mal an. Ja, der flampt bestimmt das Ganze wieder. Ja, weil er so grün ist, genau. Bonusschaden. Ich würde sagen, ich habe BF-Schwert, Maxim will direkt Rambazamba machen. Ich habe alles. Ich habe Ignite, Flash, Ulti, Bab-Bab-Bab. Oh, der braucht überhaupt Jinx-Barriere. Vor uns hatte ich auch einen Ezreal gehabt, ja. Der braucht keinen Ward, glaube ich. Achso. Ja. Oh, epischer Overkill hier auf der Top-Lane. Ich glaube, ich habe die Vermutung, dass die hier einen Gank erhalten. Hegran war gerade top. Der Blue von denen könnte ab sein, vielleicht. Nee, obwohl, nee, doch nicht. Oh, Annie, 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 Annie. What? Das hat ich connected. Mitte ist es. Oh, links und rechts. Ich bin auf dem Weg, auf jeden Fall. Ich tappe hier der Port ab, also falls sie nicht braucht. Diese CC-Chain. Oh, was ist mit der los? Yo, was war das Gutsch? Das war ein epischer Kill-Seer, war das gerade. Kill-Secure. Kill-Secure. Das hat so einfach nur ein kleines Kind an jemanden gedrückt. Oh, nice. Make AP. Drifte die Skills-Shots ohne... Oh, bitte geh rein. Oh, geht rein. Tatsache. Ich habe auch noch ein Ziel. Ich denke. Ich bin drin. Good job. Wir nehmen uns noch. Hui. Läuft auch. Ich habe ihn gesnackt, Alter, an der Mitte. Na, Tim, wie kommt? Lass uns verallt. Wir haben den Swap von Farsitz. Aber Leute, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen AP mit Lander genommen und den Swap von Farsitz. Das wäre... Das wäre nice. Ja, dann wäre er noch ein Fissnagel gewesen, na. Da hätte ich Leblanc-Runen auf Jinx gehabt. Der hat auch schon mal eine AP-Rip mit. Da hättest du einfach die epischen Traps gesetzt, auf jeden Fall. Wollen wir gleich Mitte-Druck machen? Was sieht mein Auge da für Scumbags in meiner Lane? Scumbags reißen deinen Tower ein. Was ist da los? Ja, die Legenden besagen, sie kommen um Minions zu nehmen. Ich weiß nicht, wir sind noch nicht tankig genug, oder? Ja, oder doch. Ich habe den Tower-Argo. Okay, ich habe... Ich habe Angst, da... Oh, da kommt der Horse. Bonnie, brauche doch. Peric. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Entschuldigung, das ist auch bad. Warum hast du feinlich die Akku gekriegt? Da habe ich in einen Call reingebated. Was für ein Call? Da hat ja keiner Call gemacht. Wir haben gesagt, hauer. Ey, warum ist mein Scheiß wegen dem Malford? Knock-Ups of Doom. Oh, Eifer, Eifer noch über. Was ist denn Schaden gerade von dem Horse? Look at my Horse. Please, Sheen plus, äh, Lizard. Wolltest du da gerade reinscharten? Nein, Quatsch. Minen-Wall, ein Problem. Ah, nein, es ist Trin-Free-Farm-Trinner, man. Das ist GG, oder? Eine Tower-Milan geht nach einem Verein. Die Mitte können wir übelst easy halten. Aber übelst easy. Nein, die machen sie gar nicht erst. Tato. Na, es war ein bisschen dumm, finde ich, dass wir den Turm wirklich nicht einfach regebratzt haben. Komm schnell, komm her, komm her, komm her. War ein bisschen ärgerlich auf das Horse von den Geistern und Malfit von der Seite. Warte mal, lass mir ein paar Minions. Dude. Kannst du doch, hast doch eh noch ein bisschen. Insgesamt müssen wir aber zusammenfassen. Zwei Tode für einen Top-Tower. Warum nicht? Und ungefähr gefühlte 100 Millionen Farms. Hast du Ulti, Maxi? Dann können wir doch bot wieder Rambazamba, Halligalli und Remidemi machen. Ich glaube, die werden sich einscheißen. Alles zusammen. Komm, wir uns mal nachgucken, wann Drake uns im Chat schreiben. Drake, 59, plus 6, 50. Oh, Peric. Einfach nur ein Monster. Zed Mechanics. Schieße Monster. Jenny, die wardet entweder da oder da jetzt. Was hast du denn für Boots mit Zed? Mit Zed entweder die Tank. Eigentlich nur die Tank, oder? Mercury, oder? Die würde ich wahrscheinlich Tank bauen. Die haben drei Appeler plus CC. Was ist denn Tank-Ninja? Ja, Mercury's. Hey, Mercury's. Merks, ja, dann sucht er doch. Boah, Alter, der Mafet hat aber auch schon. Er ist die. War das mit den dicken Minion? Oh, Annie kommt von hinten. So ein kleines bisschen. Siehst du das? Vielleicht können wir die überraschen. Ich glaube, ihr seid ziemlich weit draußen. Ich habe Teleport, aber... Oh Gott, ihr seid tot. Rennen. Boah, wir dürfen das jetzt nicht... Annie, hier, mach das Ding. Die sind zu viert unten. Fünft. Nee, zu viert, der Mafet ist noch da. Die verlieren jetzt Mitte und Top. Wenn Michael noch länger überlebt, ist GD. Ich kill den noch. Ich kill den noch. Auf dem Weg, rechts in Mitte. Lass uns den Mid-Tower einreifen. Nein, die Ulti von der Mitte. Wenn er kommt, wenn er in der Deckelung kommt, töten wir ihn. Keine Ulti. Ach, du hast keine Ulti. Zwei Tower, zwei Tower. Okay, eine Tower. Ich kann Top nicht. Dann holen wir seine Top-Tower. Kiegt jetzt mal nach oben, oder? Könnt ihr nicht zu dritt kill? Naja, den kommen wir killen. Guck mal, der hat 10 Sekunden, hab ich Ulti. Ich weiß nicht. Ja, das war ein Fehlverlust. Ey, du mal rein, Omar, du hast Ulti am besten. Du wär gut, wenn du tankst. Er wird weg, Ulti. Oh, GG. Oh, nice, nice. Das war noch Timing. Ja, kriegen wir noch. Maximum Timing. Die Mechanics, Max. Die Mechanics. Die Mechanics werden auf jeden Fall ganz groß geschrieben. Ich glaub, der Red von denen könnte abzahlen. Oh, den würd ich gerne haben. Weiß aber nicht genau. Eintracht nicht. Wir sollten shoppen und Drake anpeilen. Was baut man denn nach Brutalizer? Baut man Blacks immer aus? Wollen wir nicht selber einfach Drake nehmen? Was? Warte mal, lass mir... Ja, bau lieber Last Whisper noch aus. Bevor du Brutalizer finischt. Alles klar, hab ich hier. Noch eine Wave, Maximum, dann geh ich zum Drake. Oh, ich warte schon mal. Oh, Alter, dieser Map-Bug. Hackerim war grad... Oh, hier. Was geht das? Ach, Long Range. Da, da, da. Boah, du wirst, wenn du mich heilen willst und sagst... Mike, da können wir ja einfach special... Hast du das Keydrinket, Max? Nope. Mach dir den, dass ich da... Ja, der Hackerim hat den gemacht. Deswegen wurde der kurz angezeigt auf der Map. Ah, scheiße. Wie schnell hat er den gemacht, um Gottes Willen? Der hat Unterstützung gehalten. Also, Ezreal war grad am Porten, also hat er den wahrscheinlich assistiert. Ja, wir haben ja 6 Tower bereits, please, wir sind hier überfett. Aber wir können... Wir können Barrel clearen, wir können Free Barrel machen, der ist gerade erst gespawnt, wir sind doch fett. Ja, dann los. Haben wir ein Wort für hier noch? Dieses Gebüsch ist ganz wichtig. Ja, ich hab sogar ein Cleared Trinket. Ich hab keins. Die werden, wenn wir nicht gemordet haben, nicht bei Minute 15. Ich glaube auch nicht. Ja doch, die kommen. Die kommen alle, ich will... Ja, ich hab Urti, ne? Ich könnte reingehen. Ja, dann lass sie einfach angreifen. Ja, dann lass sie einfach angreifen. Die kommen doch nicht, die kommen doch nicht, die kommen doch nicht. Die kommen nicht, die kommen nicht, die kommen nicht. Aber doch, der hat ein Wort. Maxim, steck mal hier hin. Kann ich nicht. Geh mal hier hin, Maxim. Damit die, falls sich sehen, nicht denken, die die da sind. Kann jemand anders ran gehen? Um Marta, kannst du mal ran gehen? Ja. Den haben wir, den haben wir. Ich hab keinen Smite ab. Zwei, eins. Keinen Smite ab. Uuuuh, beim Q habe ich. Das lag dann natürlich nicht ganz am Ende. Die, Andy. Einfach nur die. Einfach nur die. Das ist drüben, ne? Okay. Uuiuiui. Ich hab ihn mit dem Q bekommen. Mit dem Q. Ja, das reicht doch. G, G. Magst du auch top bleiben? Max, hast du mal was? Wir können alle irgendwie eine Lay nehmen. Die sind zwei tot hier im Baron. Hm, ey, das wird nichts. Parry. Na, da wird auch nichts. Nicht gegen Malphat. Ich forsch mal Mitte. Lass mich mal hier die Minions töten. Lass mich mal hier die Minions töten. Ist extrem OP. Das sind Stats, die sind viel zu stark für diese Frühzeit. Lass mal, kommt hier, oder macht hier Mitte? Ja, ganze 21 AP habe ich jetzt. Okay, dann machen wir einen kleinen Split. Ja, wir haben Baron Waffe oder so. Da reicht nur 20. Kannst du die Abbruchung hauen? Drei top, drei top. Oh Gott. Wir wollen einfach den Tower machen. Oh shit. Oder hier einfach den Typen killen. Oder einfach gar nichts machen. Ich kann auch. Hm. Aber kein Ulti. Scheiße. Wie kommt von oben? Malfi hat da kein Ulti. Elkerem hat da noch seine, glaube ich. Das ist ein Kroni, wird schnell sein. Lauf lieber unten rum. Oder grated die. Ich kann top pushen. Oh shit. Okay. Ah, okay. Das war ein bisschen unüberblick von mir. Sorry. So, was hast du? Oh, Marta kann unter dem Tower. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Die pushen hier rein. Oh, können wir nichts tun. Oh, Marta kann pushen. Ja, so ist es gekommen. Aber benutzt eure Fähigkeiten zum Wave klären. Das ist von... Ich weiß nicht, wir können nur reingehen. Ja, stimmt. Komm jetzt eventuell top. Ich habe auch noch kein Ulti ab. Die ganze Zeit keine Wars, Leute. Jetzt brauchen wir eigentlich nur den Drag-Timer, ne? Ja, die kommt zu mir, die kommt zu mir. Okay, du hast bereits Ghost, gibt's ja nicht? Ja, ja, ich hab's. Dann lass mal hier gehen. Lass uns schon unterwegs. Auf dem Weg, top. Ich bin nicht. Komm von hinten rein. Zeig sie kurz. Zeig sie kurz. Also, die kriegen wir auf jeden Fall. Du hast ja noch die Ultis, oder? Ja, ich hab noch die Ulti. Wow. Nice. Da, das gibt gleich den In-Hip-Tower. Nice. Vorsicht. Oh, Malfi-Focus ist gefährlich. Ich muss aufpassen, Alter. Ich kann nicht wieder rein. Oh, da bin ich explodiert. Alter. Alter. Good Job. Die haben so einen viel besseren Teamfighter als hier. Egal, noch das ist nicht. Äh. Oh, oh. Mike, du bist tot. Oh, Gott. Oh, Gott. Das haben wir, da haben wir echt das Schlechteste. Wollen wir mal Malfi töten? Können wir auf Malfi? Ja, mach auf Malfi. Könnt ihr nicht so was machen? Wenn ihr die, wenn ihr die Bakednet, ich kann gleich mit Teleport auf den Bot. Nein, ich rede mit dritten Outdoor-Tag nicht drauf. Ja, der Slow von Malfi war zu krass. Alter, guck dich an, wie die Bot pusht. Aber der Rest kommt. Hier, lasst euch jetzt wegsnicken, Alter. Ich sag halt euch. Na, ich bin weg jetzt. Ah, nice. Nein, Double Flash. Oh, no, you should have been. Gehsen die euch weiter? Könnte sein, ja. Würde mich übelst wundern, wenn ihr das machen würd. Na, weiß nicht. Nee, machen sie nicht. Scheiße, ich hab dem Malfi, hätte ich übelst gern getötet, Mann. Boah, Alter, der Stuhl. Ja, das muss ich manchmal machen. Stuhl of Doom, ey. Wir brauchen diesen Split Push. Und sonst können wir nicht gewinnen. Das heißt, wir können ja nicht gewinnen. Das wollte ich auch gerade fragen. Aber gerade sagen, Alter, was ist hier los? Was ist das für eine Demo-Alesierung? Wir haben 5, 6, 7... Wann haben wir einen Baron gemacht? Was ist der Baron-Timer? Weißt du das, einer? Ja, guck. Eine Minute vorher ungefähr müsste der Dragon kommen. Also anderthalb Minuten oder so. 8 mal 1,5. Hä? 12. Ich glaube, Mike will einfach nur verwirren. Wir haben... Wir haben... 24, 46. 10k mehr Gold als die. Wenn nicht sogar 12k überhalten. Ach, das... Ey, ich hab mich gar gewundert. Was rechnet der denn da? Jetzt in den letzten 2 Fights hab ich festgestellt, okay, Barriere wäre nützlich gewesen. Oh, Annie? Aber ich bin dafür, dass... Nein, Max. Nein, Max, lass, 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 lass. Ich glaube, die hat Dings angemacht. Die hat schon wieder erst gekriegt. Er kommt wahrscheinlich gleich top zu mir. Also Forst irgendwas vielleicht. Ich bin ein paar Minions. Wir sind gerade noch nicht... Ich bin auf dem Weg, aber... Mach immer wieder einen Autotech drauf. Wenn der Raketenwerber funktioniert. Ups, gecrittet. Ja, die kommen top. Also, ja, ich bin tot wahrscheinlich. Na, dann lädst du. Oh, krass. Oh, Perra. Oh, Gott. Was haben die für Ultis benutzt? Benni holt das Tipp raus. Könnt ihr Mitte ein bisschen euch zeigen? Die werden jetzt nämlich zum Maximum hier wahrscheinlich kommen. Rackering ist sogar noch da. Ja. Oh. Oh, jetzt. Go, 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 go. Nein, 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 das tut nicht. Er hat kein D, er hat kein D, er hat kein D. Na gut. Boah, das war zu langsam, Maxim. Wieso, der verbrennt? Der verbrennt, würde ich Gott sagen. Sicher? Sicher. Ja. Aber trotzdem ein bisschen auch close. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Wie viel der tankt? Mike macht noch nicht genug Damage. Hey, Karim. Ja, Mike, das ist halt dicker. Oh, tut mir leid. Ich dachte, ihr Team ist gleich da. Entschuldigung, das war ein bisschen feier. Zack, die sind alle hier. Oh, Kran. Oh, Poop, Alter. Wir müssen echt aufhören mit so einer Krütze, Alter. Ja, der Instant Go plus der Tower Tank. Das ist das Drake. Das sind zwei, die nicht gut. Und Kran hätte vielleicht auch ein Drei-Stone-Kirchen. Nein, hätte ich auch. Hätte vielleicht auch ein Drei-Stone-Kirchen. Vielleicht muss mein Supporter-Gehörner erscheinen. Das war eventuell der Inip-Tower. Wir machen Drake. Wir gehen zum Drake. Wie willst du aber draufhangen? Hast du einen Trinket? Nein, habe ich nicht. Könnt' ich vielleicht... Die haben jetzt gepeilt, dass gestreamt wird, oder was? Ja, die sehen, dass gestreamt wird. Ja, er ist alleine. Er ist alleine. Der ist doch nicht alleine. Der ist nicht alleine im 100er-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr. Der ist nicht Baron. Nein, lass uns mal auf den Weg nehmen. Ich glaube, da ist ein Warp. Der ist... Lass ihn einfach gleich so machen, dass wir hin können. Wir brauchen bloß ein Pink-Ward. Hast du ein Pink-Ward, Maxine? Kannst du einen leisten? Ich geh zurück und holen. Mike? Bitte? Und Baron, 24-40. Oh, Peric. Pass da auf. Die Damage ist... Jetzt Baron. Jetzt Baron. Alter, Mike. Wir sind einfach the best of the best. Sneaky reingegangen. Wir hätten einfach immer so spielen sollen. Wie viel waren es? 46. Nein, wir sind einfach 20 Sekunden hier stehen, oder? Ja. Okay. Hier ist gleich irgendeiner geworden. Komm, lass mal alle wenigstens noch mal tanzen, so. Für die Galerie. Na, die wissen auch, dass Baron spawned. Die sind gleich da. Ne, die hören uns nicht. Die haben auch schon ein Wort. Nice. Die haben hier einen Pink-Ward. Die haben einen Clear. Nein, 5 Sekunden, 5 Sekunden. Oh, nein. 5 Sekunden, 5 Sekunden. 5 Sekunden, 5 Sekunden. 3, 2, 1, 2... Na ja, mach doch. Fang doch an. Klick kurz im Pink. Ich komm doch wieder rüber. Was machen die? Wo sind die? Wir sind alle hier. Keine Panik. Hast du Smiley, Smiley? Ja, ne? Ja. Ich halte mich auch noch auf Range aus. Jetzt hat's der Boss. Uh. Oh, die fokussen mich. Was ist da los? Ich hab lange genug überlebt, und... Alter, ich kann nichts mehr machen. Alter, ich geh nochmal da rein, ey. What the heck, ey. Warum wurden wir denn da so zerstört, oder? Weil die zu viel Teamfight haben. Und die haben halt gar keinen Teamfight. Und die haben Muffight. Der, der uns alle ADs zerstört. Jeden einzeln. Mike, kriegst du den? Oh Gott. Alter, der ist so fett, ne? Ja, der hat einfach Triforce, oder? Ja, Triforce. Das ist für den schon OP, ja. Auch mehr Durchdringung langsam. Mike. Ich glaube, so ein schwarzes Beil könnte sich im Team eventuell lohnen. Alles schon. Vielleicht sogar noch eins. Was mich... mich wundert eins. Wir haben hier das Clear Trinket benutzt, und die hatten trotzdem Vision drauf. Ja, die haben nochmal einen Warder nach eingesetzt. Ja, die Andy hatten Warder eingesetzt. Ich verkauf jetzt mein Trinket. Das sollte... Eigentlich Maxim auch machen, und sich ein Clear Trinket... Wenn nicht, dann hab ich den Baron bekommen. Sonst wäre das richtig fail gewesen. Gegner schauen zu den Stream, schreibt einer. Das Ding ist, Zed, du musst auf jeden Fall... Irgendwie einer dir von den Carries rausnehmen. Weil das mit 11,5... Ja. Sicher. Aber ich hatte keine Ulti, ne? Wir haben den Zed... Wir haben den Astor gekillt. Wir haben den Astor gekillt. Weißt du da? Den hab ich doch geultigt. Ich hab ja so geultigt, damit er nix machen kann. Und Trindermeer... Weiß nicht, der ist eigentlich jetzt... Hä? Ich wollte grad sagen. Der Slow war episch. Ich mach dir keinen Schaden. Guck mal, wie lange ich dafür brauch. Ich hab... Kannst du... Nee, schade. Du hast ja auch null Durchdrehung, Junge. Du hättest auch Amor Pen schon längst haben müssen. Mh. Du hast Free Farm gehabt oben. Insgesamt ist, da sind da schon zwei richtige Items auf drin. Na, der baut es grade. Ich baue hier jetzt Amor Penetration. Ich hab hier ein bisschen was gebraucht, um Damage zu machen. Mh. Ist eigentlich schon normal, dass man die zwei... Oh God. Das Problem ist, wir haben... Es gibt so viele... Engager gegen Malfeed und... ...Hackerin. Aber Trindermeer ist nicht in der Lage, Splitbusch zu betreiben gegen den Malfeed. Ja, weil der den nicht down kriegt. Wenn ich genug Durchdrehung hab, mach ich den down. Vor allem auch der Hackerin, man. Der ist ein Boss, Alter. Wenn wir jetzt irgendwie... Hier vorne... In der Frontline Wards hätten, dann könnten Maxim und ich zum Beispiel... Oder Zed ist auch ein Splitbuscher, eigentlich. Also generell... Ja, Problem ist auch, die wissen auch, wenn die Stream gucken, wissen die überall, wo wir Wards haben, ne? Ja. Ist ja egal, wir müssen ja nur rechtzeitig sehen, dass die kommen. Und dann können wir da weggehen, wo wir weggehen müssen. Dann sind wir in Überzahl auf den anderen Seiten. Halt, normales Splitbuscher. Naja. Ihr seid ja Challenger. Ich hab auch gleich, ähm... 340... Oh, die sind... Ne, ne, Hackerin ist top. Ja, ich mach dem aber trotzdem noch Damage. Wir müssen aber bloß die Anyhold davon haben. Wir sind halt gar nicht splitter, passt auf. Also, Peric, versuch nicht in denen drinnen zu stehen, weil wenn Hackerin Malfi kommt... Oh Gott, Absprache. Pushes... ...könnte von hier gleich kommen. Haben wir noch einen Water da? Ich hab grad keinen dran bei. Ich hab einen, aber... Ich hab vielleicht zu dir... Ich hab vielleicht zu dir... Lass uns top gehen, wenn... Ah, ne... Weil wenn ich top besser... Eigentlich... Top, doch, top find ich ne gute Idee, ganz ehrlich. Aber pass auf, sie kommen rüber, sie kommen rüber, sie kommen rüber. Dann ist das wenigstens... Die Distanz ist halt... Oh, da ist jemand, oder? Ne, fuck. Das war wieder der... Ich mach weiter hier unten, guck. Geht ihr top? Ich mach unten, ihr macht top. So muss es sein. Die kommen hoch, die kommen hier. Ihr müsst halt den Fight delayen. Oh, sie kommen, sie kommen rein, ey. Sie kommen rein, sie kommen rein. Ja, wir müssen ja fighten. Hier geht Hackerin. Oder? Kriegen wir Hackerin tot? Weiß nicht. Ja, so kommt... Ich bin tot. Wir kriegen die D-Carries nicht tot. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, wir sind alle tot. Ja, wir haben keinen tot bekommen. Ja, voll AD-Team ist halt kacke. Fuck. Ganz ehrlich. Der Trinder hätte nicht teleporten sollen, sondern den Inhibitor da nehmen können. Wir hätten aber nicht so lange gekämpft jetzt. Mhm. Ja, aber dann hätten wir vielleicht auch von Kinn. Der Hackerin war ja schon zurück, der ist mit Homelapse da gerade wieder rein. Der wäre... Das ist halt beschiss... Als Beschissener, als Leona bin ich jetzt völlig useless. Ich mach keinen Schaden. Und die CC ist auch... Und die CC ist auch... Und außerdem lecker. Eldkills. Kannst du nicht den Carry rausholen mit der? Naja, ich war gerade einfach instant gefistet, Mann. Der Mayfight ult kam auf mich, Alter, da kann ich nichts machen. Was soll ich da machen? Ja, das ist halt das Problem, auch wenn man... Das sind halt dann die Teamfight-Mechanics, die dann halt nicht so gut sind, wenn man nicht... Ja, wir haben auch keinen CC. Ich mein, wir haben schon CC, aber nur von Leona und von... Ja, die brauchen halt bloß AD-Born. Das ist halt... Amor-Born. Guck mal, die haben zwei Frozen Hearts und die. Laut. Zwei Frozen Hearts. Zwei Randoins. Also ich würd sagen, wenn wir nicht mit dem nächsten Baron beenden, wird's eng. Wann haben wir den Baron-Timer? Haben wir den... Ja, aber wir werden auch immer stärker. Und Mike, wenn du ins Late-Game kommst mit Jinx, dann zerfickst du alles. Was machen wir auch? Der Mayfighter war gerade schon exakt durchgedrückt auf dem Mayfighter. Der hat nie... Ja, du darfst doch nicht den Mayfighter angreifen. Ja, also wenn er mich bruist, dann kann ich ihn nur angreifen. Ja, aber der hat... Das geht ja nicht um den Damage, den er macht, sondern er fürft mich einfach hoch und dann kommt Annie's dann und den ganzen anderen Gelumpe. Was? Haben die Dragon Guard gemacht? Ich glaub ja. Oder ne. Hagerin ist top. Ich weiß nicht, ob die Dragon gemacht haben. Ich glaub ja. Die Serious Conjuve Hagerin top ist, weil das einfach nur ständig buggt. Ah, ich hab schon der Dragon. Und? Oh Gott. Liegen wir vielleicht hinten. Oh Gott. Hast du keinen Weh? Hast du keinen Weh? Hast du keinen Weh? Guckt euch das an! Was ist das für ein Schem? Ja, das ist ein Bruiser. Da weißt du wie ich mich als AD fühle. Das ist so Strunkler Bruiser gerade. Ne, jeder macht das mit dir. Jeder Bruiser macht das mit dir mit ner Jinx. Du bist als AD bist du einfach nur ein Opfer. Ja, es ist aber echt so. Ja, das ist einfach so. Deswegen bist du auch immer passiv. Wenn du richtig gut stehst, dann ist es vorbei. Du kannst Top-Laner nie 101 killen. Egal ob du die Stürze sind oder nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Geht hier zum Tower. Aber das Hacker Run. Der hat gefallflasht. Ich hab nicht in die Mitte. Alter, geflasht? Na, ich hab gefallflasht. Na, du musst in die Mitte. Das sollen wir jetzt machen. Oh shit. Oh fuck. Alter Schwede. Ich hab kein Damage gerade von uns. Wow, krass. Ja, der S ist fast tot. Ich war kurz erzählt. Ich war einfach tot. Alter, der Hacker-Rim, Mann. Echt. Ja, die brauchen halt nicht nur Arme bauen. Die haben keinen AP. Das ist voll kacke. Wir müssen einen AP mitnehmen. Mhm. Die bauen einfach ran durch uns dann alles. Guck mal, selbst der Asu hat einfach Arme. Ja. Ja, das war aber... Was soll ich machen, ne? Nein. Hätten wir... Ich will nicht sagen, andererseits war es ein Swap-Fail. Aber der Z muss... Der macht sogar Leute mit Max-Armor fertig. Ja, ich weiß. Ja, aber ich kann auch rein. Aber wenn ich einen Full-CC abkriege, alter, was soll ich machen? Dann kommt ja den CC von den anderen. Jeder fehlt... Ist nicht drin da eigentlich ein Hyper-Carry? Muss da nicht jetzt auch Leute sprinnen? Wie soll ich... Der Mars-Fighter hat einmal auf dem Boden, dann noch zwei Frozen Heart. Dann ist mein Attack-Speed auf Null. Ja, die haben einfach zu viel Armor. Ich komm auch einfach... Die... Die haben so viel CC, Mann. Ich komm gar nicht durch. Ey, Asu steht so weit hinten, Mann. Ja, also, okay. Also, wir sehen, es gibt Probleme. Aber wie wollen wir das lösen? Wir haben... Wir müssen das jetzt gewinnen. Keine Ahnung. Wir müssen uns einzeln weg-snacken und dann... Wir brauchen Wards und müssen ein weg-snacken. 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 Ich bin dafür, dass wir irgendwie Team-Fights umgehen. Weil die haben ja jetzt wirklich gar nicht funktioniert. Das hab ich doch in Minute 1 gesagt. Ja, aber die machen jetzt Baron. Wollte grad sagen, die machen einfach Baron jetzt. Wenn... Ja, ich kann keine... Trinna push schnell, Trinna push schnell jetzt. Geback, 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 Maxim. Nein. Ihr müsst die Fights disengagen so viel wie ihr könnt. Aber wirgelt euch gleich hoch. Nicht zusammenstehen. In 40 Sekunden hab ich auch. Oh, fuck. Das... Naja, das wird... Ja, das wird... Lass Maxim sterben. Lass Maxim sterben. Das hat keinen Sinn in ihnen jetzt. Push, push. Die haben keine Minions. Versucht so gut... Versucht die... Du gehst nur rein, Fran. Ich bin total safe. Du gehst nur rein, Fran. Du gehst nur rein. Nee, musst du doch nicht. Ich hab einfach 400.000. Wir pushen, wir pushen. Versucht nicht zu sterben. Versucht nicht zu sterben. Nein, nee. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist tot gewesen. Ihr habt den Carrier gekillt. Die können eigentlich nicht pushen normalerweise, Alter. Wir haben keine Minions. Wir werden niemals... Wir kriegen zwei Nibels oder die kriegen einen. Wenn überhaupt. Wir haben sogar keine D mehr. Wir haben keine D mehr. Wir haben keinen der Schaden macht. Oh, Yasuo. Oh Gott. Der killt dich. Du musst zum Rock... Na... Na, Null Schaden, Alter. Du machst einfach Null Damage. Ja, weil die einfach... Das war echt der Fail einfach. Wir haben einfach... Wir kriegen... Guck mal, wir haben Inhalts. Die haben nichts bekommen. Wir haben Inhalts. Ja, Mike. Was soll ich mir noch bauen? Was meinst du? Ich habe PA, LW, Black Leaver, Blade. Also... Bt? Äh... Entweder Bt oder Jumus Ghostblade. Mit Jumus hast du ja noch mehr Penetration. Dann hast du wirklich das Mark-Semon. Ja, ich glaube ich hole mit Jumus. Ja, ich meine er ist für uns geplatzt. Ich konnte ihn selbst irgendwie getummelen gerade. Das hast du gut gemacht. Das hat gut funktioniert. Können wir ihn nicht pushen. Einfach auf den Z... Äh... Wir können jetzt eigentlich Barren machen. Weil wir kriegen gleich Bot die Super-Manion. Noch ist... Wir haben noch eine Chance. So ist es nicht. Ja, so ja. Bitte, machen wir den Split-Push weiter. Hört mir bitte zu. Team-Fights haben wir von Anfang an gesagt. Werden wir zerstört. Okay, wir holen jetzt den Barren. Das Problem bei dem Team ist, wir können ihn nicht verhindern. Weil Malfight und Dings einfach reingehen. Das ist aber wunderbar funktioniert hier. Das ist besser. Na, da war ich okay, ja. Aber... Oh, machen die schon Barren? Machen schon Barren. Die haben schon Barren. Oh Gott. Ja, GG. Wir haben einfach Barren gemacht. Egal, was verteidigt ist. Ich kann TP top und dann pushen. Ja, dann mach mal TP. Ich hab da mal ein Wort gestellt oder so, ne? Aber ich will erst alle fünf in der Mitte sehen. Nicht, dass dann einer von denen denkt, ich geh zurück und kaufe mir Items und dann... Waveclean kriegen wir auf und dann... Waveclean war auch nicht so alt zu guten. Also, ich TP jetzt top. Ich bin jetzt top. Okay, du gehst jetzt schon rein. Ja. Okay, zwei fehlen. War zu early, glaub ich. Na, die porten gleich einfach. Die können... Nicht zusammenstehen, nicht zusammenstehen! Ah, das ist okay. Ich krieg keinen Schaden. Ah ja, du kriegst schon Schaden. Ach, so ein Quatsch. Alter, Jinx macht einfach gar kein Damage. Null. Null Schaden. Guck dir das an. Da kommt einfach null Damage. Das ist echt so krass, Mann. Wir haben keinen verloren. Ja, na klar, wir sterben ja auch nicht. Die machen ja auch keinen Schaden. Als Bruiser. Ja, wir haben auch nichts gekontert. Aber... Ja, so, okay. Aber jetzt ist nicht mehr okay. What the hell, Alter. Ja, zurück, jetzt kann ich dich nicht mehr helfen. Dabei hab ich eigentlich gar nicht so wenig gekümmt, ne? Dabei hab ich eigentlich gar nicht so wenig gekümmt, ne? Solltest du wohl nachdenken, dir auch einen Brutalisierer zu bauen. Du, Mike war mal... Na, vor allen Dingen Giant Spell... Du brauchst auf jeden Fall Infinity Edge. Du brauchst irgendwie Schaden, Mann. Du machst keinen Damage. Jetzt erstmal... Das ist eigentlich krass, ne? Das ist eigentlich krass, ne? Bei dem Ganzen Attack Speed Slow, Alter. Du hast einfach 0 Attack Speed. Ja, oder? Haben wir schon wieder Dragon, oder? Du stehst halt so. Wir haben, glaub ich, jetzt schon mittlerweile jeden Dragon. Wir wissen gar nicht mehr, wann der Ende ist. Ne, ne, ne. Kannst du ja eh knicken. Aber wir haben jetzt den besten Wave Play, den wir uns vorstellen können. Einfach einen Rocket Launcher ein, einen Auto-Attack und boom. Du musst jetzt mal warten, dass die Trinder mehr wenigstens wieder da ist, oder? Ja. Du hast 0,75, ey. What the hell. Ja gut, aber ich hab trotzdem Impact aufs Game. Egal, äh, okay. Ja, das ist irgendwie sehr komisch. Die haben immer noch den Enip-Vorteil. Ja, vor allem, die haben auch immer noch den Engage. Du hast oben abgeholt. Engage ohne Engage. Du solltest nicht splitpushen. Nicht in dem Moment. Wenn unser Krun dicker wird, macht er immer einen Prozentualstand. Mike, du stirbst, ne? Ist ja klar, oder? Wären die nicht an Krun vorbeigelaufen? Hm, ich weiß nicht. Ich geh jetzt hier drauf hin. Das ist so scheiße. Gehen wir Bot rein, oder was? Ja, ich hab die Mitte-Buck und ich mach Top-Buck. So müssen wir's machen. Und inzwischen hab ich genug Armor-Penetration. Sobald zwei Leute dann oben sind, drücken wir weiter. Ansonsten spielen wir Passiv in der Mitte. Genau. Wir haben Baron-Buff. Ja, ja, ja. Der Baron-Buff ist noch ne Minute oder so. Was ist mit deren Blue-Buff? Ja, so hinter uns weiter. Hinter uns war schon voll der Anzeige backen. Geh mal oben back. Geh mal oben back. Geh mal oben back. Ja, ja. Wir haben noch Baron-Buffs. Ja, respawners. Ja, respawners. Unser blaues Lab will den, der Zetan. Ja, ich könnte den nehmen. Den auch gerne nehmen. Ja, dann nimm du den. Das Schlimme ist, Yasuo ist es scheißegal, wie viel Rüstung jemand hat. Also eher zerschreddert das. Ich weiß nicht. Ich hab echt keinen Plan. Wir dürfen den auch nicht ignorieren. Mit Infinity und Schiff ist es lustig. Ja, der hat einfach mit der Ulti, das ist das Problem. Der kriegt einfach durch die Ulti 50% Armor-Pen geschenkt. Am besten Ezreal, äh, Zed killt Ezreal. Und wir können uns irgendwie auch überleben und Yasuo dann kümmern. Yasuo muss ja eh reingehen. Und ein bissel fahren. So. Die wollen nicht Top-Lane. Ihr solltet jetzt... Aber jetzt geht... Nein, nein. Wir können... Wir können Bot-Gehen. Bot ist jetzt in-Nap wieder oben. Ich glaube, ihr Backdown. Der Backdown knallhart. Der Nash-Haus gleich. Der Nash-Haus gleich wieder ist, wieder... Ja, die haben Wards in der Ganzen. Ich mach weiter Top-Lane. So, ja, die haben überall Wards. Top-Lane, Bot. Lass mich mal vorgehen hier bitte. Ihr seid ziemlich weit draußen. Oh, die sind Top. Schnell, schnell in-Nap, schnell in-Nap. In-Nap, in-Nap, in-Nap. Das Straight-Game, Straight-Game. Ich überleb' das sogar eventuell. Ich überleb' das sogar eventuell. Oh, los rauf, rauf, rauf! Ich beschäftige hier oben zwei Leute. Den kommen denen sogar. Also mach was draus. Die zwei Tanks sind trotzdem. Ah, der ist tot. Hinter mir ist Annie! Eeees. Scheiße, sorry. Jetzt kommt Biggerem auch wieder. Kriegen wir die nicht? Oh fuck, ich bin tot, Alter. Ah, die Annie kommt einfach von hinten wieder. Alle gechased. Scheiße, da hättest du mir mehr sagen müssen. Ich hab hier Feuerpro und alles. So, Annie hat dich solo gekillt. Haut. Das ist so... Dieser Supporter ist wie Supporter. Aber der wird ja nicht. Ja, aber das liegt nicht an Supporter. Das liegt einfach an dem Gold, das man als Supporter bekommt. Du brauchst nur noch AP, ey. Du machst später... Das liegt schon am Supporter bei Annie. Ja, bei Annie. Ja, bei Annie. Die ist ja... Die ist ja selbst nur Morgana. Die rotzt einfach weg. Aber wie habt ihr das nicht gewonnen sofort? Das war 4 gegen 3 und die 2 Tanks... Ja, die Annie hat Mike gekillt einfach. Die Annie hat Mike jetzt den getötet, ja. Wir haben ja den Schutzengel wenigstens von Ezri, oder? Oder ist Yasuo? Ich... Yasuo ist gestorben, ja. Ich hab... Mit meiner Ulti hab ich ihn gekillt. Annie hat mich... Solo gemacht. Guck mal, sie hat nix an Damage. Wie kann sie mich solo machen? Ich hab ein Giant Spell. Alter, guck dir den Hacker an, man. Der hat einfach 300 Armor. Mhm. Das ist aber full build. Stärker wird er nicht mehr. Der hat einfach Gundling. Hier Mitte müssen wir deffen. Inhibitor ist wichtiger als so eine Tower da hinten. Alter, deine Ulti hat null Damage gemacht. Nein, wir sind auf dem Weg. Das war's. Du bist down, also. Oh nein. Oh, stark gemacht. Starker Save. Jawoll, richtig ist falsch mit Ezri. Wir suchen Autopacks. Oh. Oh nein. Ich hab ein Double-GA's, ne? Wir haben auch ein GA? Ich hab GA. Fuck, 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 fuck. Ich glaub, Kramer's back. Okay, drei GA's für einen GA. Ist schon mal ein kleiner Weg. War ein Barrel Timer. Barrel Timer. Ich mach den so schnell jetzt. Ich glaub, den haben wir gar nicht, oder? Aber die haben den ja direkt, glaub ich, gemacht, oder? Hat einer von uns Frozen Heart? Nee, ne? Baron müsste ungefähr da sein. Wir haben keinen direkten Timer. Kannst du Frozen Heart gehen, Maxim? Das ist, glaub ich, ziemlich schnell. Ich hab ein Giants Belt geholt, geil. Aber kann ich den trotzdem machen. Aber ich könnt auch Frozen Heart gehen, aber. Lieber ein bisschen Hankiger sein. Oh, Trainer-Makeup ist ja richtig... Ich glaub, so langsam machst du auch Damage richtig, ne? Jaja, aber die kamen halt zu zweit. Deswegen hab ich gedacht, ihr macht die doch nicht die Gegenteil. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie Annie mich gekillt. Ich guck mir jetzt später. Ja, Annie hat einfach 500 ab... Nee, die hat gar nichts an der P. What the hell? Die hat mich gekillt. Ich hab auch noch Giants Belt. How? Wir nehmen jetzt den Red Buff. Ich glaub, dass wir sind drauf. Wir haben jetzt irgendwie schon am Baron. Das sieht mir gefährlich aus. Ich bin auf dem Weg. Lass drinnen durchs TP, ne? Ja, ja, ich bleib. Ich chill mal hier oben. Die sehen mich noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, geh mal Bosskieren, damit einer von uns nicht muss. Ich mach, ich geh. Baron, Baron ist da. Lass hier oben rum gehen, in diese Richtung einsteigen. Das ist Bottle. Ah, Bosskieren. Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Ja, wir müssen da rein. Die müssen da nicht rein. Ich splitpush, ich hol die weg. Ja, aber wir müssen die auf jeden Fall abhalten davon. Ja, noch haben sie ja nicht angefangen. Probiert sie zu delayen. Hackerim kommt zu dir. Die geht, die geht, die geht, die geht. Der geht doch nicht. Hackerim, hier ist Solo. Ah, der wird aber... Hey, die kommen zu dir alle. Steht nicht zu dicht. Ja, genau. Komm zu dir. Ich will nicht. Gehen wir mit Maxim, geht immer vor. Oh, die kommt zu dir. Oh, das, 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 das. Hast du Ulti? Oh, nein. Die mit Ulti war ganz nice. Ja, haut alles auf mich drauf. Ulti, drinnen. Na, na, na. Ich kann hier niemanden retten, ey. Oh, Mann, was? Hat nicht ranhängt. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ihr geht auf Hackerim, oder was? Nee, ich muss beim, ich muss beim AD bleiben. Oh, Gott, ey. Oh, fuck. Alles, GG. Ja, die Mama, das war einfach der Armor-Pick, Alter. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Halt weiter an. Oder? Ich weiß nicht. Wenn du die Chance hast. Das ist so krass, Alter, echt. Mike, hast du noch einen Ward-Platz, bevor du abholst? Ich hab auch kein Ward gehabt, also... Okay. Ist grad egal. Ja, wir machen... Mit in-Hip? Mike, Mike macht echt das Gefühl, nur darf nur Schaden an dem, ey. Das ist ziemlich bitter. Hey, Baron! Baron! I'm coming! Ich mach immer noch Fan-Stand. Ich hab keine S für, aber die haben Yasuo, der Baron ist eh gone. Ihre Toast-Stand. Ich try es. Der ist noch nicht da, der Baron. Glaub ich nicht. So viel Damage haben die auch nicht. Ich bin auf dem Weg. Die haben gar keinen Damage. Die haben Yasuo. Hm. Hm. Du kannst nix machen. Weiß auch, geh weg, Crown. Ist egal. Bist du tot. Hm, bin ich tot. Ist egal. Wie lange der hochgehalten wird, hm? Ah, ist's lieber. Dann lieber. Hm. Ja. Wir haben finish'n hier nicht. Ey, wir müssen jetzt irgendeine richtig sneaky Backdoor machen. Eigentlich haben wir ja schon von Anfang an gesagt, dass wir nicht Teamfighten wollen und haben es hier grad wieder geforst. Das ist... Ja, was heißt geforst? Ja, was heißt geforst? Die sind halt alle zu Trinamer, glaub ich. Ja, es ist echt so. Wir müssen immer rennen. Egal was passiert, wir rennen ab sofort, okay? Egal. Maximus ist jetzt Frozen Heart, ja? Ja, ich bin auf dem Weg. Okay. Wir helfen das kurz aus. Ich... Ich sage, wir... Backdown. Backdown ist das Beste. Wir haben insane damage. Ich hoffe gar nicht. Jetzt muss ein bisschen mehr Schaden kommen. Ich hab Infinity Health. Da müssen wir erstmal aufpassen. Oh, die Ruhmans. Süßer. Wir lassen ihn einfach down gehen, würd ich sagen, oder? Wir können ihn... Wir können ihn nicht helfen. Lass ihn einfach down gehen. Und dann mal pushen. Ja, du hast eigentlich... Lass... Also... Lauf einfach schnell zum Dings. Haker empfiehlt. Ich weiß, ob du mal ansturfst. Der killt dich. Der killt dich, Alter. Bleib mir auch nicht so sicher. Der ist Full-Item-Build, der hat 6 Items. Ja, ich hab auch fast 6 Items. Und ich bin schon Daener. Geh langsam back. Enya hat Guardian. Enya hat einfach Guardian. Enya hat einfach Guardian. Und dann bin ich auf dem Weg. Komm langsam zu dir. Die werden schneller bei dir sein. Ja, die hat geflasht. Flasht was bei uns. Nein, wir können nicht rein gehen. Ich bin jetzt da. Ist jetzt bei dir drinnen. Killt dich, oder wat? Holy shit, ey. Der ist... Der hat das gut gespielt. Der ist weggerannt. Hat Kuh gemacht. Die sind Mitte. Die sind Mitte. Die sind Mitte. Oh fuck. Brenn, brenn. Ja. Nice. Praxis. Aber Yasuo. Yasuo macht mich einfach... Oh Gott. Ja. Er hatte nur ein Auto-Attack von irgendwem gebrochen. Das waren einfach... Das war eigentlich schon ein Fail in der Team-Selection. Ja, ich mein, wir haben das so gut runtergekommen. Ja, aber... Alter, ich hab auch gedacht, dass da bei dir ein bisschen mehr kommt irgendwie. Also, ich... Klar, du hast ja immer noch Impact auf das Game. Aber normalerweise sind Trinder im Late-Game, Alter. Der macht auch Leute mit 400 Armourplatte. Ja, ich mach irgendwie auch keinen Schaden. Ist alles doof. Ja, aber da wär... Gegen die wär Vayne oder so. War auch ganz geil. Aber das kannst du ja nicht... Komm, geht rein, geht rein, geht rein, geht rein. Es ist eh 5 Sekunden. Wenn ihr jetzt verlieren hättet, ist man eh verloren. Alter, dieser Schild. Ist egal, ist egal. Schade. Alter, die Yasuo. Guck den mir an, man. Er kriegt keinen Damage. Oh, Trinder! Dein ist falsch gescheint! Die haben einen killt, die haben einen killt! Der nächste schlägt los! Der nächste... Und dann kommt der Stun. Aim it! Lol, mir fällt grad auf. Ich hätte Morgana nehmen sollen. Wir haben eine Ansage gemacht und ich hab das Game gar nicht aufgenommen. Lol, ich hab mein Game auch nicht aufgenommen. Was war denn da los, oder? Lol, bist du...